USA Fans werden vom American King Cadillac Diner begeistert sein. Das Lokal ist komplett im amerikanischen Stil der 40er und 50er Jahre eingerichtet und wegen seiner leckeren Burger sehr beliebt, die in den verschiedensten Größen und Geschmacksrichtungen erhältlich sind. Von den X-Large Burgern gibt es gleich 24 Varianten und darüber hinaus viele Spezialburger, etwa mit Schokolade oder einen besonders scharfen mit einer Million Scoville. Ein motiviertes Team berät Sie freundlich zur großen Menüauswahl und empfiehlt Ihnen dazu gerne ein passendes Getränk wie Original Dr. Pepper Cola, A&W Root Beer oder den klassischen 1,5 Liter Bierpitcher. Während Sie Ihre Mahlzeit genießen, versetzt Sie die schwungvolle Rockabilly-Musik vollends zurück in die 50er Jahre. Wo könnte man besser feiern als hier? Kein Wunder, dass das American King Cadillac Diner ein beliebter Ort für diverse Feste ist. Tolle Stimmung inklusive. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017